Was eine gute Werkstatt ausmacht? Eine, die selbst bei komplizierten Fehlern die Ursache findet, verständlich berät und fach- und termingerecht repariert. Die Lagerhauswerkstätten im Mostviertel sind Kompetenzzentrum für alle Marken, vom Rasenmähermotor bis hin zu Landmaschinen. Das Gesamtpaket umfasst Fachberatung, Service, Reparatur und Wartungsarbeiten bis hin zur raschen Ersatzteilversorgung. Wir machen den Frühjahrscheck. Beim Frühjahrscheck zum Beispiel werden im Prinzip die Kunden angeschrieben und vor allem ist ganz wichtig, dass man nach dem Winter den ganzen Staub und Dreck vom Fahrzeug rüberkriegt. Das heißt, die Fahrzeuge werden gewoschen, werden dann überprüft, der Unterbodenschutz, Unterbodenwäsche, dann wird der Lack überprüft, Steinschläge, Tellen und so weiter. Das, was wir auch selber in unserem Betrieb lackieren können oder ausbissern können. Dann zusätzlich, noch werden die Windschutzscheiben überprüft, Glas- und Scheinwerfer, das heißt Glas-Windschutzscheiben-Reparaturen. Oder es sind stärkende Schäden, dann können wir eigentlich die Windschutzscheiben austauschen. Für Kunden, die was ein Casco haben, ist das relativ einfach. Wir machen die komplette Abwicklung vom Scheibentausch bis zur Verrechnung. Mit den Lagerhaus-Werkstätten setzt man auf Reifenservice mit Profil. Bei uns werden zum Teil die Kundenräder, werden bei uns deponiert. Der Kunde hat keinen Aufwand, braucht Reifenlicht transportieren, die haben wir im Depot. Die werden dann umgesteckt, werden geprüft, die Profiltiefe oder wir bieten den Kunden dann neue Sommerreifen an. Kühlen Kopf behält man im Sommer mit einer optimalen Kühlleistung der Klimaanlage. Der Lagerhaus-Tipp, machen Sie bereits vor dem Sommer das Klimaanlagen-Service. Das spart Kraftstoff und ist deutlich günstiger als spätere Reparaturen. Der Klimaanlage hat alle Jahre gewartet, vor allem wird geprüft, die Funktion der Klimaanlage, ob nur Gas drin ist. Und ob sie gereinigt werden muss, um alle unangenehmen muffigen Gerüche und Krankheitserreger zu beseitigen. Apropos Schmutz beseitigen, nach dem Frühjahrsservice geht's ab in die Waschanlage. Die Unterbodenwäsche funktioniert im Prinzip mit unserer Portal-Waschanlage. Der Kunde hat die Möglichkeit von 1 bis 6 die Waschgänge auszuwählen und bei der 6er Wäsche hat er zum Beispiel die Unterbodenwäsche auch dabei. Und zum Schluss wird noch vollgedankt bei der G0-Tankstelle. Die ist im Prinzip rund um im Betrieb, 0 bis 24 Uhr. Wir nutzen unsere Heightech-Produkte von G0-Protect-Diesel oder auch der neue Benzin, der High Spirit 100. Damit alles optimal läuft, machen Sie jetzt schon den Termin für einen Frühjahrs-Check in Ihrer Lagerhaus-Werkstätte im Mostviertel.